Jawoll Leute, zweiter Teil des Abspanns von Donkey Kong. Hier werden halt jetzt die ganzen Wassergegner vorgestellt. Da müssen wir jetzt halt durch. Puff Puff. Cooler Name. Lockjaw. Mist wie ich eben so. Oh Gott, der Umsiegbau. Aha, genau der. Die Gremlins. Ich glaube passend, da hält man sich den Namen nicht weg. Come on. Grob. Hm, Mist, sag elender. Ich hasse dich. Oh, der ist cool. Oh, ihr Elender. Viel Kummer gebracht. Na, du warst ja immer für die Katzen, hast mich kein einziges Mal gekriegt. Klumper. Der steht uns noch bevor. Die Bosse. Hier haben wir Crow. Ja, das komische Schwert. Das habe ich ja schon wieder fast vergessen. Kutgl. King. Sing. Captain. Captain K. Rowl. Wie hieß das Vieh nochmal mit vollem Namen? Captain K. Rowl. Ach Gott. Ich schau mal eben nach. Ja, Baron K. Rollenstein. Radli! Snakey habe ich immer zu ihm gesagt, da weiß er Radli. Squitter! Der ist eh cool. Ich bin ein Idiot, ehrlich. Squawks. Äh, öh, 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 öh. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, der hat ein Licht in die dunkle Unterwasserwelt gebracht. Und natürlich die Kongs. Swanky. Ich glaube, den haben wir nicht besiegt, oder? Ich weiß es gar nicht. Funky. Funky ist eh der geilste. Ja, die alte Oma, bei der noch helfen kann. Hier. Oh Gott. Chef. Donkey Kong natürlich. Dixi. Die dumme Nuss. Und mein Liebling. Didi. Ja. Kann ich das wenigstens wegdrücken? Oh nein, Leute. Die Namen tue ich euch nett an. Ich melde mich wieder, wenn die Namen rum sind. Ehrlich. Na komm schon. So. Das Ende. Aha. Durchgeschafft. Und wir können das Spiel neu beginnen quasi. Wählen hier auch. Den Account. Mit den 75 Münzen. Und alles durchgeschafft. Scheiße. Habe ich jetzt nicht auf Deutsch gemacht? Ach egal. Wir fangen wieder in der ersten Welt an. Nein. Ich habe nicht auf Deutsch gemacht. Ähm. Ach Quatsch. In der ersten Welt gibt es ja noch gar keine Dings. Ich muss mit dem Funky fliegen. Wo sind meine Münzen hin? Habt ihr einen Knall? Ich hatte 99 Münzen. Nein. Alles weg. Wahrscheinlich ist mein Leben. Meine Leben sind auch weg. Ja. Mal ganz zu schweigen vom Dings, die bei dir heißt. Das ist einfach alles weg. Das ist ja so eine Frechheit. Ich brauche zwei Münzen. Ich brauche zwei Münzen. Ich brauche zwei Münzen. Ich brauche zwei Münzen. Auch gammeln können oder? Eine hab ich ja schon. Hallo. Irgendwo noch eine Münze. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, was ihr gerade seht. Aber so ist es halt. Pech gehabt. Es wird doch jetzt irgendwo noch eine verkackte normale Münze geben oder? Ja. Da ist sie. Hab sie. Gott sei Dank. Knapp. Jetzt können wir auch mit dem Flugzeug fliegen. Ja, du Halsabschneider. Zwei Münzen. Ehrlich. Äh, in den zweiten Level würde ich natürlich. Nämlich. Jetzt machen wir die ganzen Clubbers-Dinger. Ja, ihr könnt hier nur ins Wunderland für 15 Münzen. Bezahlt ihr? Ja, bezahlen wir. Und rein da. Jetzt können wir auch die erste, äh, den ersten Level in der verlorenen Welt machen. Nämlich das Dschungel-Junks. So, in diesen Welten gibt es, also das sind die abgefahrenen Levels, muss man dazu sagen. Hier gibt es nichts zu holen. Wow, außer den Tod. Gut. Oder, ähm, die DK-Münzen halt. Also, die DK-Münzen, meine ich. Also wirklich nur die, die fetten Münzen, ja? Das ist nämlich das Ziel, hier nochmal alle fetten Münzen zu nehmen. Oh Gott, wie geht das denn hier? So? Ähm, ja. Ah, seid ihr Warnwürdig. Jo! Ich muss mich jetzt eigentlich nur noch dran erinnern, wo die Münze hier war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Oh! 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 Ah! Das hier sieht gut aus. Da ist das Bonusfass. Destroy-Mal. Ähm, ja. Das ist noch nicht mal. Oh! 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 Nee, DK-Münzen. Jetzt gilt es nur noch den Levels beenden. Also ihr seht, das Spiel ist nach dem Endgegner noch nicht rum. Nein, es geht noch weiter. Jo! Das war eine schöne Kombi irgendwie. Wow! Oh! Oh Gott! Oh! 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 Da habe ich sich wieder mit dem Funke fliegen müssen. Oh Gott! Oh Gott! Mach keinen Scheiß jetzt! Nein! Nein! Du verkackte Affe. Das ist jetzt nicht wahr. Oh Gott! Ich will es aber in dem Video bitte noch packen jetzt. Dann lass mich in Ruhe. Einmal nur noch durch. Alter, schon wieder? Boah, fickt euch ins Knie. Eine scheiß Level ist das hier. Ich glaube, ich muss die ja gar nicht betten. Ich könnte auch jetzt so einfach abhauen. Aber mach ich mit. Ja. Der war krass. So. So. Geschaffen. So. Und. Das ist ja wohl ein Verarsch jetzt hier. Okay. Level beendet. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Euer Slagsy.